Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mit offenen Karten. Heute blicken wir nach Chile und nach Santiago, wo man von der berühmten Seilbahn der in einem Talkessel liegenden Hauptstadt aus die Anden sehen kann. Von dem lateinamerikanischen Land weiß man im Allgemeinen, dass es sehr lang gestreckt ist und man denkt natürlich an die Schatten der Diktatur unter Pinochet. Aber im Dezember 2021 ist dort etwas passiert. Nach den 2019 durch die Erhöhung der U-Bahn-Preise ausgelösten sozialen Unruhen brachte ein weit verbreiteter Wunsch nach Wandel Gabriel Boric an die Macht, einen 36-jährigen Sozialdemokraten und ehemaligen Studentenführer. Er gewann gegen den rechtsextremen Kandidaten mit dem Versprechen, gegen die Ungleichheit anzugehen, die in historischer und geografischer Hinsicht die chilenische Gesellschaft spaltet. Chile erstreckt sich in Nord-Süd-Richtung über 4.300 Kilometer, in Ost-West-Richtung aber nur über durchschnittlich 175 Kilometer und erscheint wie eingezwängt zwischen dem Pazifischen Ozean im Westen und den Anden im Osten. Chile grenzt im Osten an Argentinien und im Norden an Peru und Bolivien. Von der Südspitze des Landes aus ist es nicht weit zum südlichen Polarkreis und es liegt im Norden am südlichen Wendekreis, woraus sich eine große klimatische und landschaftliche Vielfalt ergibt. Im Norden liegt die 100.000 Quadratkilometer große Atacama-Wüste, eine der trockensten Regionen der Welt, wo es an manchen Stellen seit 400 Jahren nicht geregnet haben soll. Die Hochebenen in den Anden weisen geradezu unwirkliche Landschaften mit ockerfarbenen Felsen und Schluchten auf. Im äußersten Süden hingegen weht im legendären regenreichen Patagonien ständig ein starker Wind. Die riesige eisige Landschaft erstreckt sich bis zum Kap Horn. Zwischen Patagonien und Feuerland liegt die Magellanstraße. Mit einer Länge von 611 Kilometern ist sie die längste und wichtigste natürliche Wasserstraße zwischen Pazifik und Atlantik. Noch weiter südlich erhebt Chile Anspruch auf einen 1,25 Millionen Quadratkilometer großen Teil des antarktischen Kontinents, der seinem Staatsgebiet am nächsten liegt, was aber von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt wird. Chile empfindet sich deshalb als trikontinentales Land, das Gebiete in Amerika, in der Antarktis und in Ozeanien besitzt. Denn zu Chile gehören zahlreiche Inseln im Pazifik. Die bekannteste von ihnen, die Osterinsel, liegt über 3000 Kilometer von seiner Küste entfernt. In der Sprache ihrer Bewohner heißt sie Rapanui und sie ist weltweit berühmt wegen ihrer Moai, monumentaler Steinskulpturen. Die geografische Beschaffenheit Chiles ist nicht nur vielfältig, sondern auch äusserst bedrohlich, denn es liegt am pazifischen Feuerring, einer Kette von über 2000 Vulkanen mit starker seismischer Aktivität. In Chile treffen zwei Lithosphärenplatten aufeinander. Dort schiebt sich die Nazca-Platte unter die südamerikanische Platte, weshalb es immer wieder zu massiven Erdbeben kommt, wie 1906 in Valparaíso. Aufgrund der grossen Naturgefahren und isoliert durch die Wüste und die Anden leben die meisten der 19 Millionen Einwohner im Zentrum des Landes mit gemäßigtem Klima, dem sogenannten Valje Central. Santiago, die Hauptstadt und Wirtschaftsmetropole, hat sechs Millionen Einwohner, fast ein Drittel der Gesamtbevölkerung. 115 Kilometer weiter westlich liegt Valparaíso, die wichtigste Hafenstadt des Landes. Die Perle des Pazifiks und drittgrößte Stadt des Landes wurde auf einer Vielzahl von Hügeln errichtet und ist Sitz des Nationalkongresses, des Parlaments sowie Chiles Kulturmetropole. Zur geografischen Vielfalt kommt ein außergewöhnlicher Reichtum an Bodenschätzen. Chile verfügt über zahlreiche natürliche Ressourcen und seine Rohstoffvorkommen werden vor allem in den im Norden des Landes liegenden Bergwerken abgebaut. Mit einem Anteil von 30 Prozent ist Chile der weltweit größte Kupferproduzent und es verfügt über die weltweit größten Vorkommen dieses Metalls, das man zur Herstellung von Kupferkabeln aller Art verwendet. Der Anstieg des Kupferpreises durch die Nachfrage aus China ist ein Segen für das Land und die Kupferförderung macht 10 Prozent seiner Wirtschaftsleistung aus. Ebenfalls sehr wertvoll ist Lithium. Das neue weiße Gold wird für die Herstellung der Akkus von Elektroautos benötigt, der berühmten Lithium-Ionen-Akkumulatoren. In Chile findet man das Leichtmetall vor allem im Salar de Atacama, im Norden des Landes. Dort lagern über 40 Prozent der weltweiten Lithiumreserven und die Förderkapazität nimmt ständig zu. Der intensive und oft masslose Abbau von Bodenschätzen machte Chile zu einem der reichsten Länder Lateinamerikas. Das aber führte zu einer Zerstörung der Umwelt und zu einer Frustration angesichts der sozialen Ungleichheit. Diese Ungleichheit nahm im Laufe der Geschichte der jungen Nation immer weiter zu. Chile befreite sich von der spanischen Kolonialherrschaft und wurde am 12. Februar 1818 unabhängig. Nun begann es, seine politische Struktur und sein Staatsgebiet zu festigen. Im Süden einigte man sich 1881 in einem Friedensvertrag mit Argentinien über die Aufteilung Patagoniens. Der östliche Teil fiel an Argentinien, der westliche an Chile. Im Norden kam es aufgrund von Gebietskonflikten zum sogenannten Salpeter-Krieg mit den Nachbarstaaten Bolivien und Peru. Dabei ging es um einen Teil der Atacama-Wüste mit ihren Salpeter-Vorkommen. Nach zahlreichen Seegefechten gewann Chile den Krieg und Bolivien büßte seinen Zugang zum Meer ein. Peru wiederum musste seine südlichste Provinz an Chile abgeben. Im 19. Jahrhundert ergriff Chile darüber hinaus ehrgeizige wirtschaftspolitische Massnahmen, die auf dem Export von Weizen, Kupfer und Salpeter beruhten. Durch diese Ausfuhren bereicherten sich einige wenige Familien, die das Land streng kontrollierten. Die Konzentration des Vermögens sowie ein autoritärer und konservativer Staat führten zu großer politischer Stabilität, anders als in Chiles Nachbarländern in Lateinamerika. 1970 galt Chile erneut als Modell, als dort zum ersten Mal in einem südamerikanischen Land ein frei gewählter Präsident das Land in den Sozialismus führen wollte. Salvador Allende. Der gelernte Arzt führte soziale Reformen und Verstaatlichungen durch, darunter auch die der Kupferminen, die er den Lohn Chiles nannte. Doch der frische Wind wurde am 11. September 1973 durch den Militärputsch unter General Pinochet jäh gestoppt. Mit Unterstützung der USA, die verhindern wollten, dass Chile den Weg Kubas einschlug, befahl Pinochet der Luftwaffe, den Präsidentenpalast, die Moneda, zu bombardieren. Als die Lage aussichtslos wurde, beging Präsident Allende Selbstmord. Nun begann eine 17-jährige Diktatur mit einem Blutbad. Etwa 10.000 Menschen wurden festgenommen, viele wurden gefoltert und manche von ihnen ermordet. Das Parlament wurde aufgelöst, Parteien und Gewerkschaften wurden verboten. Parallel dazu führte das Pinochet-Regime beispiellose Wirtschaftsreformen durch. Die Chicago Boys vom US-Ökonom Milton Friedman inspirierte Wirtschaftswissenschaftler machten Chile zu einem Versuchslabor des Neoliberalismus. Massive Privatisierungen, Abschaffung der Preiskontrollen und Senkung der Einfuhrzölle. Die Folge war ein jährliches Wirtschaftswachstum von 5 Prozent, aber um den Preis, dass Chiles Wirtschaftswunder von grossen sozialen Gegensätzen geprägt war. Gesundheit, Bildung und Altersversorgung waren grösstenteils privatisiert. Nach dem Ende der Diktatur führten ab 1990 die Christdemokraten Patricio Alvine und Eduardo Frei sowie die Sozialisten Ricardo Lagos und Michel Bachelet das Land zurück in die Demokratie, ohne das wirtschaftliche Erbe der Ära Pinochet anzurühren. Und so ist Chile in der OECD das Land mit der drittgrössten Ungleichheit nach Südafrika und Costa Rica. Auf 1 Prozent der Bevölkerung entfallen 26 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das Wirtschaftswachstum geht auch in dramatischem Ausmaß auf Kosten der Umwelt. Durch den Abbau von Kupfer und Lithium wird im Norden das Wasser verschmutzt und das Grundwasser abgepumpt. Im Valje Central leiden durch den Weinbau und den zunehmenden Anbau von Avocados Kleinbauern und Bewohner der Kleinstädte unter Wassermangel. Im Süden verschwindet durch Forstwirtschaft die landwirtschaftliche Vielfalt, wodurch die Lebensräume der dort lebenden Mapuche verschwinden. Dort beeinträchtigt die Umweltverschmutzung vor allem die Gesundheit und das Leben besonders verletzbarer Bevölkerungsgruppen. Nun zu Chiles Außenpolitik. Aufgrund seiner abgelegenen Lage empfand sich das Land lange Zeit als eine Art Insel und es suchte eher Bündnisse mit weit entfernten Partnern. Und in Südamerika begnügte man sich mit dem Status eines assoziierten Staates im Binnenmarkt, Mercosur, ohne eine Vollmitgliedschaft anzustreben. Chile achtete vor allem auf seine wirtschaftlichen Interessen und Schlossfreihandelsabkommen mit der EU sowie mit den Vereinigten Staaten, für die es einer der wichtigsten Bündnispartner in der Region ist. Aber Chile pflegt auch gute Beziehungen zu China, seinem wichtigsten Handelspartner, und dieser nimmt ihm einen Grossteil seiner Agrar- und Bergbauerzeugnisse ab. Soweit zu unserer Reise nach Chile anlässlich des politischen Wandels im Dezember 2021. Übrigens rückt ganz Lateinamerika mehr nach links. Von Andrés Manuel López Obrador in Mexiko über den 2019 in Argentinien gewählten Peronisten Alberto Fernández bis nach Peru, wo 2021 die radikale Linke die Wahl gewann. Nicht zu vergessen Lula, der im Oktober gegen den amtierenden rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro antreten wird. Zum heutigen Thema empfehlen wir Chile ist aufgewacht, einen Comic der in Hamburg lebenden chilenischen Illustratorin Sue Rivas erschienen im Unrast Verlag. Und in französischer Sprache eine Biografie des Diktators Augusto Pinochet von Michel Faure bei Perrin. Damit endet unsere heutige Ausgabe. Wir sehen uns nächste Woche wieder am gleichen Ort und zur gleichen Zeit. Bis dahin finden Sie uns auf arte.tv. Bis bald. A bientôt. InRAIAN A A A A A A